Best of Rock Doppel CD Ui, ich hab CD gesagt, nicht DVD Schön Einmal von hinten Einmal von hinten CD1 Ah, gut zu wissen Gut zu wissen Gut, einverstanden Weiß mal Bescheid Äh, Quatsch, CD1 hat man doch schon CD2 Sieht auch noch ruckier aus Die Hülle ist zwar ein bisschen kaputt, aber ist ja egal Er wollte die CD hören und nicht die Hülle Also von daher So